Verbi 30 Autos Herzlich willkommen, ganz besonders natürlich unsere heutigen Gäste, die Mannschaft, die Verantwortlichen und auch die mitgereisten Fans von FC Heidenheim. Die kommen, die wünschen und ich darf Ihnen auch sagen, wer der Schiedsrichter ist, das ist Adam Osmers. Ihm assistieren Robert Ketter und Morgan Sieber, der vierte offizielle ist Dr. Robin Traum und unser Videoassist-Fan heißt Johann Heifer. Gäste Heinlein-Spiel in folgender Aufstellung. Im Tor-Trippe Nummer 1, Betty Müller, dann die drei, Jan Schöppler, die fünf, Betty Big Gimper, mit der sechste, dann zehn, Patrick Heiter, die acht, ihren Windschiffen, die zehn, Tim Kleingitz, mit der neunze, Jonas Föhrenbach, die 23, Oma Alka, Frau G, dann die 30, Norman Traum, die 33, Lennart Maloney und superpreislich, dann mit das Beste. Einwitzenspieler für das Tor, das ist die 22, Dieter Seicher, dann die zwei, Mama Busch, die vier, Tim Siegeslegen, mit der neun, Stefan Schimmer, die elf, Dennis Tomala, mit der 16, bei Heidenheim, Felix Ressa, dann die 17, Florian Pick, die 20, Nicola Domedan und die 21, Fabian Beck. Der Cheftrainer, der Heidenheimer, auch schon lang geliebt, Frank Schmidt. So Freunde, aber jetzt sind wir froh, es ist schon ein bisschen kälter geworden, jetzt machen wir es uns glücklich und hoffen auf eine Bayern-Sieg. Ich grüße alle unter dem Stadion, schön, dass ihr da seid, die Felix der FC Bayern München. Unsere fahrenden Schränker sind auch ready, dann also, wenn der bereit, hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Im Tor, unsere Nummer 1, der Kapitän, Manuel. Manuel. Unsere Nummer 2, Dario. Udo. Unsere Nummer 3, MJ. Die 7, Serge. Unsere Nummer 9, Harry. Die 10, Lüroi. Die 20, Buda. Die 25, Thomas. In der 27, Fondra. Die 40, Nusseril. Und die 45, Alexander. Einmal ein. Für das Tor, unsere 26, Sven. Udo. Und dann unsere Nummer 11, Kintze. Udo. Die 13, Erik Maxime. Udo. Mit der 19, Alfonso. Die 22, Raphael. Mit der 39, bei FC Bayern, Mathis. Und Lars von Pompoli. Unsere 41, Franz. Das alles unter der Energie unseres Trainergespanns. Wir sind die Assistenten. Arno Michels, Jean-Pöhm, Anthony Berry. Dann unser Torwart-Väter Michael Rechner. Fitnesspapst Professor Dr. Holger Bräuch. Und Athletiktrainer Nikolas Mayer. Und der Cheftrainer Thomas. Wir sind die Reihe, von sucking Weis in Feuer. den Namen, dass der Fußball beginnt. Wir zahlen die Bayern und werden wir feiern, weil Bayern schon wieder mal füllen. Hier auf dem Wasser, wir seien nicht allein, denn wir sind immer dabei. Ja, bei Sonnen und Regen, bei Vorkommen daheim, wenn sie feiern, wir bleiben, wir treuen. Wir zahlen die Bayern, vom rotweißen Feier, den Namen, dass der Fußball beginnt. Wir zahlen die Bayern und werden wir feiern, weil wir feiern, so wieder mal füllen. Es war ein langer weiter Weg, die Orchentmeer von unfallern, das Spiel ist hart, doch wir sind dabei. Für uns zählt ein einziger Erfolg. Sie sind sozialistisch. Niederhaus Erüben Zucker Was anders ist für uns nicht drin, die große Chance der Sieger holt den Kamm, die Nummer 1 ist unser Ziel. Jeder, forever und allein, you can call us, the champions of all the world. Jeder, forever und allein, we're in the spirit of the rest. Die Weißgeschichte wird gemacht, die Mannschaft eins, das Team von Gott. Gemeinsam werden wir nie untergehen, wenn wir mit euch zusammenstehen. Die Weißgeschichte wird gemacht, die Mannschaft eins, das Team von Gott. Die Weißgeschichte wird gemacht, die Mannschaft eins, das Team von Gott. Und hier sind der FC Bayern München und der FC Heidenheim. Die Weißgeschichte wird gemacht, die Mannschaft eins, das Team von Gott. Und hier sind die Mannschaft eins. Von Gott. Musik 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 Geil! 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 Zur LCD und wir können nur ganz herzlich folgend sagen beim Sänklub Weibaizer Völten, beim Dachverband Südtirol. Ichiet das es alles einmal herr malfunctionated hat, Wurdere Dach und vielleicht darf ich ein Mann her erzählen es ist das ist der Dr. Tom Weiler, Tobias, gute Vorbereitungen, alle in der Hand und wir können jeden Rollensereinkommen eins zu eins geben, das heißt an unverschuldigte Notbehandlung, Personen, ohne Institutionen und danach müssen wir nochmal ein herzliches Dankesamt an die Weiber als Erkrankung. Dankeschön, lieber Karl Hopfler, lieber Torin, da ist es noch mal 20. Jetzt noch nass, aber wir schauen uns jetzt zum Frühjahr, die Aurene von Hopfler, der Hand, es gibt für jedes geschlossene Runde, 17 Uhr, in der Wiede. Ich hab die Karten, gell? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's, das war's. Applaus 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 Aus der Drehung in der 14. Spielminute TOR für den FC Bayern München wieder einmal mehr durch unsere Nummer 9 Harry 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 Neuer Spielstand FC Bayern München Ein Felsfall Danke Auf der Seite Werte Auf der Seite Werte Auf der Seite Werte 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 Das war's für heute. 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 Was? Die Kirche! Alle, alle, alle. Alle, alle, alle! Zum Spann Spann Acha Schatz 5! Schatz 5! Schatz 5! Nach dem Weg, nach dem Weg, nach dem Weg! Route 6, will es aus der Welt gehen und deployen die Tür. In die Tiefe sind die Tür ab und die Tür zu den Weg, nach dem 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 Weg. Wir machen uns auf dem Weg, nach dem Weg, nach dem Weg ein W environments wird. Wir machen uns das tous die Tür, das ist die Tür qui fassen. Es geht aus dem Spiel Nummer 30, Norman Dornack auf. Der Bühne kommt jetzt mit der 21 von Herrn Beck. Und es geht auch aus dem Spiel 33, Renan Nomi. Für ihn spielt jetzt mit der 16, Kevin Sessler. Und auch Spielwetzer bei FC Bayern München. Und danke an UPA, unsere Nummer 2, der Jo Upamecano. Für ihn geht es vor dem Spiel, unsere 22, World Cup Back, muss man sagen. Schön, dass ihr wieder fit ist, Kaffee! Und danke auch an der Stadring, unsere Nummer 7. Für ihn geht es vor dem Spiel, die 13, Erbis Maxi. Und unsere Nummer 3, für Thomas Müller, unsere 25. Jetzt sind für ihn die 39. Der Echze Bayer Matis. Max! Musik Wir sind hier mit dem Hitz und Klautern zum heutigen Ratspiel hier mit dem FC Haltenheim. Christian Hanson, Evalina, Ausverkauf für Lande und zwei, 75.000 Zuschauern. Danke fürs Kommen. 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 Super Bayern, Super Bayern, hey, hey! Super Bayern, Super Bayern, 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 hey! Super Bayern, hey! Super Bayern, hey! Vielen Dank.